Was ist denn draußen auch? Ok, Leute, zu. Draußen. Da sind wir nicht mehr draußen. Jetzt gehen wir jetzt über das großen Gelände. Wenn ich noch was finde, dann zeig ich euch das mal an. Sonst machen wir das Video ja so schwerer Sachen. Wenn ihr euch wieder an der Feuerwehr habt, ihr habt wieder keinen Bock. Schreibt mir in die Kommentare, fick dich, Jacob. Nee.